Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aha! Lachs in der Dose? Die sind ja alle gleich! Haben die Leute noch nie was von Abwechslung gehört? Ach, na schön. Von mir aus dann eben Lachs. Willkommen in der Welt der Wildnis. Hier in den Weiden Afrikas sehen wir den König der Wildkatzen auf der Suche nach seiner Beute. Ach, ich würde ja zu gerne mal mit ihm tauschen. Plötzlich erspäht der Löwe seine Beute. Leise und unbemerkt nährt er sich und hofft, dass man ihn nicht bemerkt. Hey! Seht ihr nicht, dass ich versuche fernzusehen in eurem bequemen Zuhause? Die leckeren Käse-Ecken sind der leckerste mundwässrig machende Snack auf dem ganzen Planeten. Jeder Wissen der leckeren Käse-Ecken ist eine Geschmacksexplosion von käsiger Göttlichkeit. Wer kann den Milchprotein dieser leckeren Köstlichkeit schon widerstehen? Speizer-Käse, Gouda und ganz neu auch Limburger. Die leckeren Käse-Ecken sind wie ein kleines Stück vom Käsehimmel in deinem Mund. Deine Haustiere werden sie auch lieben. Beallt euch. Die Käse-Ecken sind limitiert. Sitzt nicht so faul da rum. Diese Leckerli sind ganz schnell ausverkauft. Lauf!